Wir müssen mir halt zeigen, wie man sich so benimmt und das alles. Das hab ich nicht gewusst, dass du das machst. Ach, falsche Richtung. Nochmal. Scheiße. Hallo Dickhem, eins muss ich klarstellen, Sie brauchen mich nicht zu bedauern. Sind Sie wirklich sicher, dass er hier nicht raus kann? Hundert. Entschuldigung, Miss Dickhem, ich fürchte, ich habe eine schlechte Nachricht. Wissen Sie, nach der Geschichte mit Victoria, das war ja eine schöne Geschichte, aber die Geschichte mit Jennifer, die war alles scheiße. Ich habe noch eine schöne Geschichte, die sich mit dir explicart. Ich bin jetzt nicht glöd, dass er immer noch ein somegegenwächter ist. Ich bin jetzt ein bisschen von Meier.